Hallo zusammen, schön dass ihr da seid. Ich bin Michael von ZooBesuche.org. Heute zeigen wir euch ein Video, das wir auf unserer ZooTour 2020 aufgenommen haben im Zoo Heidelberg. Das zeigt einen Teil des Trainings der Mähnenrobben. Ich hoffe es gefällt euch. Wenn ja, einfach ein Abo dalassen und viel Spaß. Ich bin Michael von ZooTour. Ich bin Michael von ZooTour. Ich bin Michael von ZooTour. Das war's für heute. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020